Nervenkitzel und dem Reiz des Verbotenen. Raus aus dem Alltagstrott. Cyberpunks, Technofreaks, Graffiti-Sprayer und Goja-Spieler. Sie alle vereint die Sehnsucht nach dem Rausch der Sinne. Junge Männer spielen Krieg. Ein Szenario wie aus den Krisengebieten dieser Welt. Goja, das Farbpistolenspiel, boomt in Deutschland. Einer von ihnen ist Rüdiger. Der 25-jährige Berliner arbeitet in einer Getreidefirma. Seit gut einem Jahr ist Rüdiger begeisterter Goja-Spieler. Goja ist für mich eigentlich eine Sache, wo ich eigentlich alles kriege, was ich irgendwie ganz gerne so ein bisschen privat hätte. Also Abenteuer, Spannung, was eigentlich in fast jedem Beruf fehlt. Also selbst ein, weiß ich nicht, irgendein Forscher im vorigen Jahrhundert hat bestimmte Tage gehabt, wo er viel erlebt hat und Tage der Eintönigkeit, der Monotonie. Goja ist wirklich Action-Spaß an einem Nachmittag voll konzentriert. Und deswegen spiel ich Goja. Goja kommt ursprünglich aus Amerika und heißt so viel wie Hab dich. Auch in Deutschland schließen sich Goja-Begeisterte in eigenen Vereinen zusammen. Jede Woche kommen zwei neue Clubs hinzu. Rüdiger engagiert sich seit ein paar Monaten im Goja-Club Bunte Hunde. Am bevorstehenden Wochenende wird er mit seinen Vereinskameraden gegen einen anderen Club antreten. Dann gilt es erneut, Vereins Ehre und Banner zu verteidigen. Stefan ist Vorsitzender des Goja-Clubs Bunte Hunde. Sein Geld verdient er als Maler und Tapezierer in der Firma seines Bruders. Als Vereinsvorsitzender will Stefan sein vielgescholtenes Hobby als Sportart verstanden wissen. Weg vom Image einer paramilitärischen Kampfsportart. Der Reiz in der Nervenkürzel halt sich zu verstecken, die Leute aufzulauern halt. Und der Spaß, der Spielspaß halt. So wie man früher halt gerne Räuber und Schandarm als kleiner Junge gespielt hat, könnte man das so in Perfektion halt sehen, eben mit Farbkugeln. Früher hat man halt seine Wassermistole in der Hand gehalten und hat da dann mit rumgeschossen. Aber ansonsten... Jetzt spielt er ja morgen wieder, geht raus ins Gelände. Gibt es auch schon so ein bisschen Vorfreude bei dir? Ja, natürlich. Wie äußert die sich? Ja, Aufregung, Schmetterlinge im Bauch und man freut sich halt schon die ganze Zeit darauf. Wir gehen in der Regel einmal im Monat ungefähr spielen und das im Vergleich zu anderen relativ wenig. Und man freut sich halt den ganzen Monat darauf und man kann es eigentlich manchmal kaum abwarten. Ein Tag vor dem Wettkampf. Stefan besorgt im Auftrag seines Clubs die Munition. Farbkugeln sowie Gewehre, die sogenannten Farbmarkierer, sind in fast allen Waffengeschäften erhältlich. Sie dürfen jedoch nur auf umzäunten Privatgrundstücken eingesetzt werden. Darüber hinaus schreibt das Waffengesetz das Tragen von Schutzbrillen und entsprechender Kleidung vor. Samstagvormittag. Rüdiger und Stefan auf dem Weg zum Wettkampf. Ihr Ziel, ein ehemaliges Übungsgelände der Nationalen Volksarmee östlich von Berlin. Hier treffen die bunten Hunde auf eine Reinickendorfer Gottscher-Mannschaft. Also du hast jetzt hier so die ganzen Utensilien, die man als Gottscher-Spieler braucht. Fangen wir vielleicht mal an mit diesem Farbmarkierer, woraus besteht der so? Woraus der besteht, ja. Also im Prinzip ganz einfach. Hier ist eine Druckkammer drin, die mir einen CO2-Gasdruck hier nach vorne rein leitet. Durch eine Pumpfunktion lade ich einmal mit Gas und durch Abdrücken wird das Gas freigesetzt. Gleichzeitig kommen hier oben diese Farbbälle rein. Da habe ich meine sogenannte Ammo-Box dann, praktisch mein Magazin. Hast du ein paar Farbälle da? Die kommen hier rein und fallen automatisch durch, ja. Die sehen dann praktisch so aus. Mhm. Bestimmt aus Gelantine mit Lebensmittelfarbe gefüllt. Gottscher-Kugeln können eine Geschwindigkeit von über 400 Stundenkilometern erreichen. In Deutschland dürfen sie nicht schneller als 250 fliegen. Vor dem Kampf müssen alle Spieler ihre Waffen auf dieses Limit trimmen. Mit roten und weißen Armbinden werden die beiden Teams gekennzeichnet. Die Schiedsrichter haben die Größe des Spielfeldes abgesteckt und geben nun letzte Einweisungen ins Regelwerk. Gewonnen hat, wer die Fahne der gegnerischen Mannschaft erobert und zum eigenen Ausgangslager zurückbringt. Welche Taktik habt ihr euch jetzt überlegt? Ja, wir teilen uns auf. Eine Gruppe geht hier links außen lang. Ich gehe mit zwei Leuten hier rechts lang, um an die Fahne ranzukommen. Und zwei Leute bleiben hier zur Verteidigung. Zehn Sekunden an! Zehn Sekunden an! Den ersten Kick rissst du schon erst mal vor Spielbeginn, wenn die letzten zehn Sekunden kommen. Da steigt Adrenalin richtig hoch. Jetzt geht's los gleich, jetzt geht's los und dann ertönt die Hub und schnell nach vorne ein Stück erst mal. Und wo ist der erste Gegner? Wo ist er? Kann man schon was sehen? Und wenn man dann nichts sieht, dann steht man erst mal da und was ist denn jetzt? Wo sind sie? Und man muss dann erst mal einen Überblick haben, nicht? Man muss erst mal sich einen leichten Überblick über das Spielgeschehen, sag ich mal, schaffen, um einermaßen koordiniert vorwärts zu kommen, nicht? Und der zweite Kick kommt dann, wenn die Paintballs auf einen zugeflogen kommen. Ja genau, wenn dann die ersten Schüsse fallen, dann geht's richtig los, dann steigt der Adrenalin in das Spiel richtig. Und wenn man selber auch unter Beschuss genommen wird, dann wird's richtig heißer. Ja, auf jeden Fall. Mal schnell zehn Meter zurückweichen und eine neue Situation sich durchdenken. Und auf einmal ist der ganze Plan, den man sich vorher ausgearbeitet hat, schon hinfällig. Also, naja, wenn man dann jemanden markiert hat, das ist dann der dritte Kick. Und falls man gewinnen sollte, das ist dann der vierte Kick. Also, die Vier-Kick-Phase könnte man so nehmen. Das ist dann gut. Das ist dann der dritte Kick. 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 Dann hat hier Gottscher in der Öffentlichkeit ein Image, das ihr gerne anders sehen würdet. Also in der Öffentlichkeit werden ja Gottscher-Spiele häufig so als Hobbysoldaten und so betrachtet. Liegt das aber nicht auch ein bisschen an euch selbst, nämlich daran, dass ihr ja ein sehr militärisches Outfit habt und die ganze Situation ja auch sehr an kriegsähnliche Auseinandersetzungen erinnert? Das hängt mit unserer Gesellschaft zusammen, denn das Militär ist ja nun nicht gerade sehr beliebt in der Gesellschaft. Ja, aber das Militär wird jetzt auch hinaus in die Welt geschickt. Und für den Staat darf das Militär agieren und darf hinausgehen. Und sobald man sich freizeitmäßig etwas damit beschäftigt, also mit etwas Ähnlichem, es ist ja absolut unmilitärisch, das ist es ja. Wir bekommen ja kein Befehl von jemandem. Genau, aber müsste man nicht versuchen, genau dieses Unmilitärische auch äußerlich eher rüberzubringen. Also müsste man sich nicht irgendwie vielleicht auch anders ansehen, ich weiß nicht wie. Könnte man ja, könnte man ja, aber man ist immer der Erste, der markiert wird. Wenn ich jetzt als Einziger mit einem gelben T-Shirt durch die Gegend renne, dann bin ich der Erste, der gesehen wird und werde als Erster markiert, ganz einfach. Rüdiger und Stefan sehen sich nicht als kriegslüsternen Neonazis, als die sie oft kritisiert werden. Doch die Ähnlichkeit mit kriegerischen Auseinandersetzungen ist unbestreitbar. Am Ende wird Rüdiger getroffen und scheidet aus. Im nächsten Spiel bekommt er ein neues Leben, als Heckenschütze. Nach dem Spiel erholt sich Rüdiger beim Billard im Cybercafé. Hier trifft sich eine neue Generation von Erlebnissuchenden. Mit Videobrille.